hallo und willkommen zu einer neuen folge bettelt für fünf mit dem kai ja 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 und ihr seht ist wenig los aber ich nehme zwei runden auf ich hatte einige probleme im internet nicht Ja, kann gut sein. Ja. Post 19. Heute Schwede, wie schnell level ich gerade im Moment. Tja. Frank. Hm. So, was fehlt dir noch? Ach ja, Panzermann, oder? er kann sich theoretisch auch einmal anfordern panzer müssten behalten aber ich habe eine neue pistole freigeschaltet ich habe jetzt auch die repetiere pistole ich bin mir dann noch sehr unsicher was die beste ja ich probiere sie einfach mal nein aber ich habe die pistole und diese pistole sieht schon irgendwie cool auch auch wenn es nachladen ziemlich scheiß ausguckt ich habe auch so ist das die mit raus ja ja ist schlecht wenn man pistolen bedenkt dieses spiel hashtag useless übrigens das panzersturm wenn du irgendeinen weg findest wo du dir denkst ein panzer könnte langfahren leg eine mine hin hier gibt es auf der map wie viele panzer sind es insgesamt irgendwo stand auf jeden fall sehr 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 viele auf einmal auf auf mit mit aktiven hier ich bin so vor von Fahnen wir am besten zufrieden, weil bei D geht die Paläne runter. Ja. Ich stehe noch nie mit einer Magi. Die gleiche Person. Hoffnung, wir gehen mitten rein. Roku. Tod. Bitte Tiger. Bitte Tiger, fahr in eine meiner Minen rein. Oh ne 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 ne. Der hat... Oh, Gott. Mal schauen ob die... Was? 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 Also, am Wahnsinn geht es hier echt ab. Auch richtig spaßt. Wenn du was gegenwanns brauchen musst. Oh Gott, das ist... Määäh. Noch keiner reingelaufen. Määäh. Ja, die stehen gerade außen. Määäh. Du müsstest, ähm... Am besten auf die Reise. Wir müssen den Weg setzen, wo man heute vor allem... ...zumunutiert. Wenn es nicht ein Umweg wäre, den Weg zu... Wir kontrollieren jetzt genügend Fehler um den Ausgang dieser Flasche... Was? Was? Was ist passiert? Was passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? wie die explodiert diese kleine wichser da ist ein panzer kai ja der typ umdrauf ist das kann ich nix machen das kann ich einfach nix machen Hey, links von unten. Aber schau mal, dass du da irgendein Minum bekommst. Wo ist der Ponce denn? Was ist der Ponce denn? Weil mich die Brandnade noch hinterlift, obwohl sie 10.000 Meter weg ist. Was ist der Ponce? Einer steht am Punkt mit einem Punkt. Brennt. Oh geil. Tot! Ich auch. Wo war dein Mörder? Keine Ahnung. Den 15.000 da vorne. Morgen ist schon Weihnachten geil. Ja. Ich werde alt. Ja. Denkst mir auch immer. Du bist auch alt. Der Moment, ab dem dich deine Kumpels Opa nennen, ab dem Moment bist du alt. Weißt du was richtig cool ist an der Übersichtsmap, wo du bist? Du kannst sehen, wo Panzer fahren. Auf der Übersichtsmap. Okay. Also sie sind nicht irgendwie ausgeblendet und es ist nur eine Karte von der jetzigen Situation. Du kannst dann wirklich auch die Panzer fahren sehen. Wie du halt Flugzeuge ausnehmen kannst. Vielleicht will ich vor A ist im Panzer. Bring uns mal in die Nähe von A. HALF! Der Moment, wenn du auf BD keine Gegner siehst, weißt du, die sind in den Scheißgräben drin. Der ist ein Panzer bei mir. Genau, bei mir. Spawn bei mir. Spawn bei mir. Ich bin tot. Spawn bei mir. Bei mir ist ein Panzer. Ich habe Selbstmord begangen. Warte. Krieg aber Schaden durch fallende Gebäude. Kommst du? Ich spawne. Und da ist noch ein Gegner dabei. Erstmal weg. Ich glaube der Panzer hat uns gesehen. Kann das sein. Und der Aushalt kommt. Seht ihr das? Verdammt gefährlich. Jep, der Panzer hat uns gesehen. Da ist noch ein Panzer. Einverlegt. Und einer hilft für uns. Was hilft am Turm? Kaputt, oder? Der Turm hat gerade auf mich drauf gefallen, Alter. Da ist er. Aber wir haben noch einen Verbündeten da. Erstmal spawnen. Erstmal spawnen Flagge setzen. Nein, ich bin falsch gespawnt. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Irgendjemand ist in irgendeine Mine reingefahren. Passt. Wahrscheinlich darf's einen von dem Typen fahren. Was ist mein nächstes Ziel? Panzer zerstellen. Egal mit was. Okay. Halt. Alter. Die Leute spawnen auch bei Or. Hahaha. Dann spawne ich mal einen Panzer. Hallo, spiel ich Edgen Sound? Nope. Da musst du erst wieder was von Origin kaufen. Hahaha. Alter. Irgendein Gegner ist in irgendwas von mir reingelaufen. Und da... Ich hab jetzt grad das... Das bekommen, weil ich gerade Panzer eingestiegen bin. Er ziele einen Killer 50 Meter. Indem du in deinem Fahrzeug sitzt. Hahaha. Perfekt. Die Hilfe ist geschafft. Und wir haben nichts. Wieso nicht? Ich hab jetzt mal einen kleinen Churchill. Ja, der ist relativ gut. Weil der wendig ist, gell? Ja. Wo bist du? Geht in die Luft. Ja, der ist dort. Du bist auf der anderen Seite von der MR. Ja. Ich hab nicht gesagt, dass ich auch... Hier ist noch einer. Ich komme, Kai. Plumps. Ich... 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 Ich finde die... Ich hab heute den Schweizer herangelassen, gell? An meinen... Rechner. Hier ist noch ein Panzer. Kein. Das ist ein Xbox-Spieler, gell? Und der ist so... Uh, ich glaube ich muss mir jetzt auch... Äh... Auch ein Gaming-PC kaufen. Er hat die Kanzler... Er hat voll den Grafik-Porn bekommen. Ja, ich hab auch einen. Bei mir. Ja, der ist schon low. Der ist schon sehr low, der Panzer. Jetzt ist er da. Aber hier ist auch noch einer. Das ist ein schlechterer. Ich hab... Oh, fuck! Ich hab irgendwas zerstört. Nein. Mich hat ein Bomber angegriffen. Mhm. Besser. Fuck. Und es waren 38er, Alter. Du kannst ja eigentlich auch aus Bomber dort ganze machen. Oder mit stationären Waffen. Auf die gibt es stationäre. Hey, schau mal wer da online kommt. Ihr wollt heute kein Battlefield spielen. Ich lass ihn nicht mitspielen. Hm. Ich bin das sehr nachträglich. Doch wer der Content braucht. Ja gut, dann lass mir mitspielen. Aber der wird doch eh nur Fußball-Simulator spielen. Selbst in dem ist er kacke. Oh. 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 Ist das bei mir? Okay. Oh. Es tut mir aber leid. Und da hilft ihm jetzt nicht. Oh, fuck! Der hättest ja auch sagen können, dass der hinter mir ist. Ja, ich weiß nicht, wo du stehst. Rechts neben dir! Okay, der war hinter dir. Dieser Wichser, das hast du mit Absicht gemacht. Nee, ich muss echt nicht, wo du stehst. Du könntest jetzt auf D gehen. Und da gibt's, ähm, die Schütze. Weiter gibt's, ähm, die Schütze. Vorgesprungen, ähm, die Schütze. Ich-Kräume, die Schütze, veranschmieren! Ja. Du hältst die Schütze. Siehst du, hab ich doch gesagt. Wenn du kommst, der nie... Man muss sie schon dazu zwingen. Zu seinem Glück. du bist wahrscheinlich kein spotter, ne bist du nicht doch äh spotter, ne doch kannst du ja gar keine Kanone aufbauen nein, nein außerdem sitzt hier schon einer dran da drüben steht eine kai, das bin ich ich wäre froh, wenn du die Kanone reparieren könntest die hat nur viel Leben trotzdem kann ich mit der jetzt muss ich nur noch einen Panzer sehen ich glaube, da war ja einer na toll, ich kann da nicht hin und von hinten kommt er hier bei mir ist auch noch einer kai, pass auf, da hinten sind bei uns die Gegner, gell ah, bei mir ist gerade alles Finger weg oh fuck, nebel hinter uns sind Gegner aber die halte ich schon auf mach du dein Panzer ich kann den Panzer leider von da nichts anwesend, weil ich nicht weil ich keine 100 Meter weit sehe und der da drüben ist es gibt auch noch weiter rechts wir halten nur Sorgen hier hab ich jetzt auch noch eins aufgebaut wo ich stehe als ob der jetzt nicht bei mir ist auch eins oh mich hat eine Liege getötet wir verlieren gerade die ich habe die Kugel genau gesehen, wie sie in die Fresse geflogen ist komm, f*** dich klar, die haben ja den Panzer-Kill ja, das wird dir noch ein paar Mal passen also du hast absolutes Lack ich müsste ein Chia-Jeep bauen, Alter da ist, da ist, Alter da ist, da ist, Alter da ist, Alter Wir fahren. Ich fahr übrigens nicht. Böse. Ich lauf ruhig immer drauf. Gute Arbeit, wir haben den Schäser erobert. Du hast jetzt noch ein Feuer, das Ding, den Panzer zu steuern und den Tuch zu machen. Könnt sogar funktionieren. Könnte stoppen. Schönen guten Tag. Wenn ich einmal irgendwo einen Panzer sehen würde. Wir halten jetzt Ziel Emil. Hälfte gleich. Hast du gesehen? Hm. Ziel Cäsar ist dahin. Oh, da ist einer markiert. Auf der Orr-Base steht einer. Los, los, los. Wir haben Ziel Dora eingelassen. Zutaten, wir haben Ziel Gustav verloren. Auf D ist ein Panzer. Ein zweigegnerischer Panzer. Lauf, 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 lauf. Lau, lauf, 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 lauf. Kaul, 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 Kaul. KnyANner. ferryieren monte... Ich werd nur Autumn. Ach, deinrin Kṛṣṇa und Natalie... mit meinem Gesichtstier liegt, mit dem kein Headshot-Druck. Fängt an um den Schuss! JA! Die Schulter geschossen ist. Ich habe einen! Nice. Ich bin mit Haft wieder mit hingelaufen. Das hast du überlebt. Ja, okay, nicht mehr bis ich gut sind. Nicht wirklich. Doch, weil... Alter, ich habe gesagt... Weil, ähm, die... 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 Nein, 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 nein. Ich habe nicht wirklich überlebt. Ja, ich auch nicht. Ja, ist klar. Weil du nicht mehr weg kommst meistens, oder? Hab ich. Du bist hingerannt, hast drauf geworfen und hast hochgejagt. Boom gemacht. Ja. Ja. Das ist auch deine einzige Chance. Aber... Wenn du auf einer Map spielst wie Aras, und die stehen im Spawn und schießen halt dann auf... Auf ein Objective, wo sie davor stehen, von ihrem Spawn aus. Kein Problem. Keine Chance, Alter. Ja. Weil dann kannst du nicht hinlaufen. Dann bist du tot, bis du es versuchst. Alter. Da seht ihr wieder, liebe Zuschauer, wie kaputt ich mich für euch mache. Ja. Ich... Ich mach das jetzt wie Kelly Mrs. Vlog, also ich heul mich jetzt aus, wie kaputt mich YouTube macht. Hehehe. Hehehe. Ja. 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 Ja, ich schraub. Von Du wirst keinen Spawn några builder sah auch immer im seine Scheren, wenn ich es vereint Kad bei den, wenn es branchelt Ich weiß noch, wie du dich geärgert hast wegen der letzten Alte. Es war wirklich krank, die letzte. Also, auf Wiederschau, liebe Zuschauer. Tschüss. Hoffentlich bei der Abmoderation ein.